Grüezi, liebe Leute! Ich werde euch heute die Schweiz präsentieren. Da befindet sich die Schweiz. Aber ich habe leider heute meine Karteikarten verloren. Deswegen werde ich euch die Schweiz musikalisch darstellen. Grüezi, ich bin heute der Günther. Ich werde euch heute dieses Land präsentieren. Es ist die Schweiz und es befindet sich in Europa. Das ist einfach wunderbar. Wir können sehen, das ist die Kuh. Die Kuh macht gerne Muu Muu Muu. Die Kuh ist in der Schweiz, aber auch die Milch. Die Milch kommt von der Kuh, Kuh, Kuh. Wir werden heute in der Kuh-Buck-Test. Wir entstehen in der Schweiz. Nicht nur die Käse-Sorten, sondern auch die Banknoten. Wir haben ganz viele Bänke, machen Money, Yo, Yo, Yo. Doch nicht nur die Banknoten kommen von der Schweiz, sondern auch die Butter hier. Die Butter ist ein Milchprodukt. Taktose nicht toleriert. Die Schweiz ist hier, die Kuh ist sehr. Schweizer Lifestyle everywhere.